Sehe ich auch so. Ja, okay, geschafft. Ja, also hier ist nichts mehr in unseren Farben. Und wir brauchen auch gar nichts mehr dementsprechend irgendeine starke Karte rausnehmen. Die ist viel, viel stärker als früher, glaube ich. Oder vielleicht war sie auch früher einfach viel stärker als ich das gedacht habe. Ja, meiner Meinung nach ist... Lava-Ax, ich glaube wir sind zu aggressiv. Das Unicorn ist besser. Ja, haben wir einen Unicorn. Haben wir noch einen... Tom Scour würde ich rausnehmen. Vielleicht konsequent bleiben? Okay, aber das sind jetzt eh Details. Ja, sowieso. So, mir völlig egal. So, jetzt schneiden wir einfach grün mal konsequent ab, habe ich beschlossen. Aber die Minishes eigentlich generell stärker, findest du, oder? Was habe ich drüber genommen? Giant Rose, oder? Ja, nee, Giant Rose finde ich... Finde ich auch gut. Okay. Nein, ich setze mich nicht in die Nesseln. Ja, der Draft ist beendet. Und gleich... Wir sehen uns beim Deckbau. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Ja, wir sehen uns beim configuration Datum kann. Bis heute gibt es noch!